. Das wollen wir heuer nicht einfach auslassen. Na geh! Warum denn? Diesmal ist wirklich was! Uiuiuiui! Wie weit ist es von da? Der Tennis soll jetzt nur 20 Minuten entfernt sein. Zu Fuß? Ja. Aber wir können auch auf den nächsten Bus warten. Na geh, sicher nicht. Komm, das gehen wir. Komm! Wie geht's eigentlich da, Hannah? Gut, ganz gut. Die packt gerade. Für was? Geschäftsreise. Irgendwas von der Firma, nichts Aufregendes. Wie lange ist die dann weg? Keine Ahnung. Andreas? Das kann ja nichts sein. Soll ich sie zum Taxi holen? Wieso? Wir sind doch wirklich da. Aber hast du mal im Plan nicht gestanden, dass wir da... Ja, da war der Plan halt falsch. Ist mir furchtig, rufen sie jetzt zum Taxi. Du, Markus. Wir sind in die falsche Richtung gegangen. Freust du nicht Gott? Erst auf jetzt? Ja. Hallo? Und, freust dich schon? Total. Okay. Kennst du mich doch. Neues Jahr, neue Chance. Bis 10. Dieses Jahr wird was. Ich spür das im Urin. Ich kann immer nicht da rumdrehen. Ey, wieso denn? Ein bisschen mehr Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Komm, ich ruf dich nochmal an. Ja, hallo, Maratschak am Apparat. Äh, ich warte jetzt schon seit einer... Was? Okay, wir haben's eilig. Schauen Sie sich aber einen externen Standort geschickt. Was? Eine Charity-Aktion also? Ja, einen guten Zweck natürlich. Ja, und wer am meisten bietet, der bekommt dann die Person. Für einen Tag. Oder Nacht. Und, hat's bisher funktioniert? Denn wievieles Mal ist es jetzt? Fünfte oder sechste Mal. Ich hab aufgehört zu zählen. Und dann viel Glück. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Hier, jedes Jahr verlasse ich die Convention alleine. Ich wollte einfach nicht, dass du mich schon wieder so siehst, okay? Deswegen lügst du mich an? Ich habe mehrmals gesagt, dass ich dieses Jahr nicht hinfahren will. Du hast darauf bestanden. Würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich jedes Jahr würden abschleppen würde. Ich habe darauf bestanden? Ich habe ein Wochenende mit Hannah geopfert wegen deinem Traum! Und ich lasse mir jetzt sicher nicht nachsagen, dass ich ein schlechter Freund bin! Okay? Die Herberge? Wo ist die? Auch eine Ewigkeit entfernt? Über wenigstens. Danke! 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 üss. Danke! Han und ich haben uns getrennt. Ich wollte nicht, dass es dieses Wochenende um mich geht. Ich wollte nicht, dass es dieses Wochenende um mich geht. Ich wollte nicht, dass es dieses Wochenende um mich geht. Ich wollte nicht, dass es dieses Wochenende um mich geht.